Der letzte Viertelfinalist muss jetzt noch in der Versus-Arena ermittelt werden. Willkommen zurück zur Begegnung Slowakei gegen Kroatien. Beide Teams sind eher Außenseiter bei den European Championships, doch einer setzt sich heute durch. Es wird spannend, wenn es jetzt heißt Slowakei vs. Kroatien. Doch sehen wir uns Spielsystem und Aufstellung der spielentscheidenden Kriterien an. Es ist angepfiffen und es geht munter hin und her auf dem Feld, da die Zahl der Zoos in beiden Ländern, gemessen an ihrer Größe, mit Bratislava, Bojnice, Kosice und Spiskanowes auf der einen und Zagreb, Osijek und Aquarium Pula auf der anderen, im Grunde gleich ist. Der aktuelle Zwischenstand lautet also 1 zu 1. Bei der durchschnittlichen Qualität kann die Slowakei jedoch vorlegen und das 2 zu 1 markieren. Allerdings ist Zagreb im Vergleich der beste Zoo und durch das Aquarium Pula ist die kroatische Zoolandschaft ein wenig vielfältiger. Das ist der Ausgleich zum 2 zu 2. Eine wirklich knappe Angelegenheit hier. Bei der Innovation bzw. der zeitgemäßen Tierpräsentation sorgt vor allem erneut Zagreb für die erstmalige zwischenzeitliche Führung der Kroaten. Es ist das 2 zu 3 gefallen. Kann die Slowakei das Spiel noch einmal drehen? Tatsächlich rennen sie wütend an und können durch das etwas fortschrittliche Verhältnis zum Tier ausgleichen zum 3 zu 3. Abpfiff der regulären Spielzeit. Dieser Endstand führt zum Penaltyschießen. Insgesamt ist die Slowakei als Zooland noch souveräner und überzeugender und bringt sich selbst auf die Siegerstraße sowie ins Viertelfinale. Mir fehlen die Worte. Habt ihr noch Kommentare? Ich bin ganz genau raus.